Und damit willkommen zurück zu Minecraft Spear mit Flash! Hallo Centos! Centos ist auch dabei! Und ich bin auch dabei! Hallo! Woher ich eigentlich stingen bin? Ich hab schon wieder einen Kopf! Keine Ahnung. Iron. Aber ich stinge auf ihm. Iron zu machen. Iron, Iron, Iron. Wie macht man denn einen Compressor? Oh, Alter, so viele Hammer da zusammen klatschen. Lohnt sich halt. Neun still. So. Weil du dann das Compressorzeug wegklatschen kannst, ne? Ja, ja. Genau. Natürlich mit Stein-Hammern dauert das trotzdem ein bisschen länger, aber... fast schon. Ne, ist ja schlimm. Aber so kannst du halt das Compressor machen. Ja. Lalalalalalalalalalalalalala. Wenn's ja ein bisschen Schatten hat. Da geht. Geht's auch schneller. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Blub, blub. Blub, blub. Ne, Place Powder und das habe ich ja hier unten drin. Dip, Dup, 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 Dump, 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 Dump. Glatzen Powder. Glatzen Powder. Ein bisschen Glatzen Powder, ja. Place Powder. Mhh... Die brauche ich gerade nicht. Glatze, Glatze, Glatze. Bam, 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 bam. bei stein scheren eigentlich effizienter soll sowieso klar holz brauchst aber kriegst du viel schneller was stein stein sternen gehen trotzdem ganz schnell kaputt hab schon probiert also holz sternen ach du nimmst du machst gleich gravel oder was scheiße dass das so weg fliegt nur zu den seiten eigentlich müsstest du da unten noch slaps hin machen damit es in wasser nicht runter fällt doch das ist egal da fliegt er nicht wirklich ins wasser die fliegen ja nur zu den seiten raus ja das ist ja nicht schlimm manchmal willst du mit trichter und dann passt das schon also halt momentan effizient das halt momentan echt effizient ja ja klopp 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 kl ja die halten auch länger halten länger dann kannst du dir auch gleich mehrere von den einzelnen machen platz und das ist alles platz spanner noch nicht ab auf den deckel drauf aber halt ob du das so oder so machst ja gut du brauchst ja nicht auch mit dem kompress machen kannst du auch diese immer die länger halten auch für normalen mitnehmen der werkzeug stellen mit wenigstens danach schub zwei spitzsacken auf jeden fall das keile wäre jetzt mit wasser muss ein laufpack flop weg hier oben glu schuss material Jetzt müssen sie weg kloppen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Blup, blup, blup. Dann jetzt nicht aufpassen und weiter runterbuddeln und in den Holzblock runterfallen. Und dann tschüss. Das passiert ja nicht wirklich. Tschüss Gravel. Das dauert relativ lange. Mit dem Compress abbauen? Nein. Dauert das nicht lange. Wenn ich darauf achte. Dann kann ich mal den Holz abbauen damit. Nein. Den Holzplanks nicht. Okay. Geht. Also ich habe jetzt vier, warum auch immer, vier Gravel mehr in der Tasche. Okay. Also nicht. Ich mache keinen Compress, das dauert einfach zu lange. Ach, Quatsch. Es geht. Mein Compress Therma geht relativ schnell. Ich gebe auch die Steine. haben wir es bestimmt auch kompöster äh, äh, nein, warum? hält ja gar nichts aus, toll dort, 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 dort würde ich eigentlich eigentlich da hinten einschmeißen blub, 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 blub blub, blub, blub das wollen ich, das wollen ich, das wollen ich ach, man, ey, ich brauch doch nur 5 Eisen, hast du noch 2, ne, hab ich noch davon, ne tiny davon hab ich auch noch 2, kann ich die nicht zusammenlegen noch ne ja ja, das nervt, dass das immer verbrennt, man zu ja, warum hast du denn die Sand hier stehen Sandpimmel ja, weil ich keinen Hammer mehr hatte lass stehen danke, dass mein Steingrat aufgesammelt ich dachte, du machst mit Wurvel, ach mit Wurvel direkt nein, ich brauch Hammer nein, ich brauch Hammer so dann an die Trichter hin mit dem unteren Block bisschen komisch, ne ja wie das überall anders hin droppt dropp, 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 dropp ja, ja und durch bei Trichter kloppt das gleich in den Trichter rein das ist das Schöne daran da täuscht das nein ja, Gott sei Dank hab ich noch eine normale Spitzhacke mitgemacht von der Hammer gleich kaputtes hier ein bisschen Steinfarm ich hab mir jetzt zwei Hämmer gemacht brauchst du noch einiges hm brauchst du einiges nö wir haben ja nochmals Brosseländer 9 18 26 Stück Wofür? für zwei zwei Stein pro Hammer 18 pro komplex 36 wenn es manchmal vor lange dauert bis das anfängt wieder neu zu kommen ne einfach den unteren mit abbauen hm ich bau in der Zeit gleichzeitig den unteren mit ab wenn es zu lange dauert das war und ja auch neu hm hallo hm die droppen beidseitig mal aus ist ja kacke ja mein Gröbel hat's auch mit aufgesammelt aber ich um zu haben ein das ist was knapp wäre was wäre der dritte block mit abgebaut worden was glaube ich auch nicht mal schlimm ist wobei das aber auch nicht mal schlimm ist die lave quelle ist ja hier oben ist auch echt riskant ist wenn du einen block setzen hast ist die lave weg was dann schon wieder neue lave produziert oder ja mein arm also der draufhalten ist schon habe sie oh 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 ja die welche points wird eingesammelt da ist die spitze im arsch kabel sturm besser als du ich was hab so